So weit bin ich jetzt. Schönes Muster. Sieht euch jetzt auch so aus. Schon viele Maschen drauf, aber muss ja auch mit Arm und alles. So dann kommen wir jetzt zur Runde 12. Da fangen wir an mit einem Überzug, eine abheben, eine stricken, eine überheben, dann bleiben uns zwei vor dem Umschlag, dann machen wir einen Umschlag, dann machen wir wieder zwei, eins, zwei, ein Überzug, zwei stricken, dann sehen wir wieder den Umschlag, vor dem Umschlag, ein Umschlag, dann wieder zwei rechte Maschen, eins, zwei, dann eine abheben, eine stricken, die abgehobene drüber ziehen, zwei rechte Maschen und wieder ein Umschlag, wieder zwei rechte Maschen und wieder ein Überzug und so weiter. Zwei rechts, ein Umschlag, zwei rechts, ein Überzug. Kann man schon gut sehen, wo das Muster jetzt hingehen soll. Zwei rechts, eins, zwei, ein Umschlag, nochmal zwei rechts und ein Überzug und wieder zwei rechts, dann wieder ein Umschlag, wieder zwei rechts und so weiter bis Reihe 13. Ah, das flimpert.